Willkommen zurück auf Volcano Lodos. Heute spielen wir World of Tank Blitz und wir haben hier heute einen Random-Mann, auch unseren Clan. Mal gucken, was wir mit dem heute so alles einrichten können. Der hat irgendwas gefragt, was Easy Win er hat. So, der ist offline, der ist offline. Oh, wir sind schon im Match drin. Das ist gar nicht was von einem Fahrzeug, der jetzt genommen hat. Aber wir gucken mal. So, was hat er jetzt genommen? Panzer 3. Okay. So. So, was können wir denn heute hier alles anrichten? Warte auf Spieler, dann warten wir doch mal. Achso. Ich hoffe, die Nachladzeiten sollen noch hingrenzen. Sehr gut. So, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. LOL. I waste 10k B40. Oh, warum machst du das? Warum, 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 warum are you doing that? Das is not good. Right. All. Group. Right side? Okay. Du scheinst zu wissen, was du da tust. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Panzerung nicht durchschlagen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Okay. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie voll erwischt. Volltreffer! Wir haben sie! Die Hausvereine und die sind fertig. Wirkungstreffer! Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Sie haben uns. Schluss! Ja. Nicht so gut. Was macht der da? Der ist gut. Ja, unser Mädchen ist bereits tot. Leider. Äh, man. Du wirst kassieren. Ja, du bist tot. M3 Lee ist vorne ein, äh, auch ein sehr gut gepanzertes Fahrzeug, muss man sagen. Hetzer. Ja, Hetzer, das ist zu viel. Was macht der hier? André Stuttart. Äh. Das ist ein großer Bogen. Du bist bei feindlichen Gebieten. Okay. Oh, oh, und zu viel. Wohin schießt du, Hetzer? Und Hetzer ist dort. Was macht der hier? Du hättest den locker erledigen können, aber nein. Wohin denn? Bist du was gerade angucken, oder was? Wo, wohin? Wohin? Verstehe ich nicht. Ja, toll. Nur zum Run? Genau, ja. Steck dich doch mal... Oh, Gott. Ach, Jungs. Leute. Mario. Mama mia. Ja, das war noch gut. Aber jetzt wirst du gleich kassieren. Und tot bist du. Ja. Das war schlecht, Jungs. Das war schlecht. Ich guck mal hier. Äh. You got, äh, tier 4. So, äh, wir sehen uns bei der nächsten Folge. World of Tank Blitz. Bes dahil.